Warum jeden Morgen im Stau stehen, wenn du schneller sein kannst als alle anderen? Warum muss ein E-Bike über 20 Kilo wiegen, wenn 13 völlig reichen? Warum sollte die Optik leiden, wenn es einfach gut aussehen kann? Warum muss ein gutes E-Bike teuer sein, wenn es deutlich günstiger geht? Tronic Drive. Schick. Leicht. Preiswert. Preiswert.